So, heute spielen, ich bin's, euer Berkley und heute spielen, wie würdest du lieber? Wir empfehlen Ihnen Fragen zu berichten, die Sie als unangemessen oder schlecht geschrieben beachten kann. Dieses geschieht, wenn Fragen von anderen Spielern gesehen werden. Okay, ich verstehe. Nein. Würdest du lieber fliegen können, unter Wasser atmen können? Fliegen können. Oh, Fliegen haben sogar mehr. Würdest du lieber Kerim? Mord. Nein, ich will keine Werbung. Okay, ich verstehe ja schon wieder. 1,24 Meter groß sein, 1,50 Meter groß sein, 1,24 Meter. Wieso will man 2,50 groß sein? 100 Kilometer pro Stunde rein, 5 Kilometer pro Stunde fliegen. Heißt das jetzt da unten, dass man fliegen kann oder nicht? Also ich sag jetzt unten, falls man, na, so 5 rennen, dann wäre ich doch lieber super schnell. Hä? Hä? Ich kapier das nicht. Sich sexuell von Obst angezogen fühlen, die Finger für immer fettig von Käsechips haben. Fettig von Käsechips. Also wenn man sich sexuell angezogen fühlt, fühlt man sich von Obst. Multimillionär sein, in einer Welt leben, in der Pokémon existiert. Unten. Okay, was ist, wenn ich jetzt auf Next drücke? Aha. Jede Sprache fließend sprechen, die Fähigkeit haben, mit Tieren zu sprechen. Tieren. Popcorn-Fürze fahren lassen, dass dein Browser-Verlauf öffentlich gemacht wird. Popcorn-Fürze fahren lassen. Eine Vardina im Gesicht haben, eine Reihe Penisse auf deinem Rücken haben. Die Frage skippe ich jetzt. Eine bionischen Arm, ein bionisches Bein. Ja, Bein. Nur flüsternd reden können, nur schreiend reden können, flüstern. Ein Arm und einen Fuß verlieren, ein Bein und eine Hand verlieren. Ich glaube, lieber ein Arm und einen Fuß. Kommt, wo war ein Linker, aber dann halt. Ich suche jetzt, ich darf mir das dann raus suchen. Ein Falke sein, ein Hai sein. Ein Falke kann fliegen. Einen persönlichen Koch haben, einen persönlichen Masseur haben, Koch. Aufhören, YouTube zu nutzen, aufhören, Facebook zu nutzen. Facebook. Auf einem fliegenden Teppich reißen, Aschenputtel zum Ball ausführen. Ich glaube, auf einem fliegenden Teppich, der will Aschenputtel schon zum Ball ausführen. Julius Cäsar sein, Napoleon sein. Das ist für mich eigentlich beides dasselbe. Dazu habe ich keine Meinung. Nee, habe ich keine Meinung. Einen Penis auf der Nase haben, den Hintern mit der Hand abwischen müssen. Nichts von Ballen. Aber lieber den Hintern mit der Hand abwischen müssen. Danach muss man halt sein, mit der Hand wieder. Abwischen immer. Auf allen Vieren laufen ist immer. Und freiwillig Tierlaute. Tierlaute. Nur durch Fragen reden können. Nur in Film Zitaten sprechen können. Nur durch Fragen. Lustiger. Mit einem Hai mit bloßen Armen kämpfen. Mit einem Bären nur mit deinen Händen kämpfen. Unter was hat man gegen einen Hai keine Chance? Da muss man kämpfen oder kann man auch abwischen? Aber ich würde lieber den Bären nehmen. Der beißt mich nicht wieder, wie so ein Hai. Nur Charlesten tanzen können. Nur Marcel Green tanzen können. Weiß nicht, was beides ist. Betrunken sein bei der Abschlussfeier deiner Tochter. Auf Droge sein bei der Heirat deines Sohnes. Abschlussfeier meiner Tochter. Nur die Beatles hören. Nur die Rolling Stones hören. Nichts. Kennt weiter nichts. Dass ein Vampir dein Blut saugt, dass ein Zombie dein Gehirn frisst. Gibt's zwar beides nicht, aber lieber Vampir Blut saugt. Die erste Person sein, die auf dem Mars läuft, nie ins Weltall reisen. Die erste Person sein, die auf dem Mars läuft. Jedes Mal Laute machen müssen, wenn du ha 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 im Chat schreibst. Immer die Emojis mit deinem Gesicht nachmachen müssen, sobald du sie schreibst. Emojis, wie soll ich die Laute machen wollen? Das Ellenbogen-Gelenk zur anderen Seite verdreht haben. Das Kniegelenk umgedreht. Das sieht man nicht so gut wegen der Hose. Von Jack Bauer gejagt werden. Von Jason Bourne gejagt werden. Ist Jack Bauer wirklich ein Bauer? Also wenn's ein Bauer wäre, wäre das lustig. Also ich meine. Auf ewig Nasen-Nase-Socken anziehen, den Rest deines Lebens feuchte Kleidung tragen müssen. Feuchte Kleidung. Gedanken lösen können unsichtbar sein. Da kann ich die Gedanken zwar nicht lesen, aber irgendjemand erzählt das schon. Das beste Haus in der schlimmsten Gegend ist das schlechteste Haus im bestensten. Ja, ist ja gut, dann hab ich trotzdem geiles Haus. Die Fähigkeit, eine sexuelle Beziehung einzugehen, zu verlieren. Nicht mehr mit der Person, die du liebst, reden zu können. Ja, eigentlich beides nicht. Ups, ich weiß jetzt nicht, auf welches ich... Zu Tode frieren, verbrennen. Ich glaub, zu Tode frieren. Das erfriert man doch so. Also, ja, ist ja eigentlich egal, was beides ist jemand. Ewig leben, nächste Woche sterben. Ewig leben. Das doch lieber. Unendlich Liebe zu besitzen. Unendlich Geld zu... Das wär's mir, das Geld ist so wichtig. Ein hässlicher Sönisern, ein dummer Schönling. Ein hässlicher Sönisern. Als Haustier ein Krokodil haben, eine Taube haben. Krokodil, das ist ja dann so ein Käfig, so ein Riesing. Dass jeder weiß, was du denkst, auf ewig nackt sein. Das wieder weiß, was ich denke. In deinem Traumhaus ohne Internet leben, in deinem gegenwärtigen Haus auf ewig leben, auf ewig. Ohne Internet wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber... Nie wieder Schokolade essen, nie wieder Käse. Ich hasse Käse. Ein Gericht für den Rest deines Lebens essen. Verschiedene Gerichte essen, die aber fade und ungesalzen sind. Ja, dann Salz und Saat. Unkontrolliert zu lachen beginnt jedes Mal, wenn du etwas witzig findest. Unkontrolliert zu weinen jedes Mal, wenn du traurig bist. Traurig. Wein hört man nicht so laut. Allerdings lache ich nicht gerne im Unterricht. Auf ewig etwas im Auge haben. Auf ewig etwas Störendes im Hals haben. Auge. Ein Vampir sein, ein Magier. Was will ich mit dem... Beim Vampir. Sehe ich teleportieren, kann ich fliegen, kann ich teleportieren. Teleport. Sehe ich mich zu dem Fliegenden hoch und haue runter. Links, rechts, rechts. Ich bin rechts hinter. Messi, Christian... Ronaldo. Ein Avatar in Pandora sein, ein Zauberer und Hogwarts. Also Hogwarts. Michael Jackson retten. John Lennon retten. Michael Jackson. Aber der ist doch schon tot, oder nicht? Rock. Hose. Rock. Hose. Rock. Ich weiß nicht, was das andere bedeuten soll. Elektronische Musik. Popmusik. Elektronische. Ich höre zwar kaum Musik, aber... Anwalt, 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 Anwalt sein. Arzt er, Anwalt. Anwalt, 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 An auf 3 Meter Höhe, aus 3 Meter Höhe fallen und dir die Beine brechen, aus 4 Meter Höhe fallen und dir die Rippe brechen. Beine. Hä? Leben um den dritten Weltkrieg zu sehen, nicht leben um den dritten Weltkrieg zu sehen. Hä? Wenn man aber nicht... Hä? Leben. Hä? Aber nicht... Ach so, wenn man... Oh, dann nicht leben. FC Barcelona, Real Madrid, FC Barcelona. Dass der Sommer verschwindet, dass Weihnachten verschwindet. Sommer. Dir schmeckt Bier, dir schmeckt Bier nicht. Dir schmeckt Bier. Nicht Sex haben können, Sex mit dem gleichen Geschlecht haben. Nichts hier kommen können. Nur, dass der Lieber wurde, beendet. Okay, passt ja gerade. Denn ich bin gerade auch mit dieser Aufnahme fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.